Musik Während am frühen Vormittag letzte Vorbereitungen auf dem Kirchplatz getroffen werden, proben die Musikschüler schon eifrig. Die Registerprobe der Schlagzeuger im Alten Rathaus liefert den passenden Rhythmus für letzte Aufbauarbeiten. Fast 200 Musikschüler der Oberpfälzer Musikschulen kamen, Pressart Grafenwöhr, Sulzbach-Rosenberg, Neustadt, Weiden, Wörth, Tirschenreuth und der Partnermusikschule aus dem tschechischen Sokolow treffen sich für einen Tag, um gemeinsam die Feuerwerksmusik von Händel zu spielen. Jeder Schüler hat seinen Part schon vorher mit seinem Instrumentallehrer einstudiert. Jetzt werden zuerst die verschiedenen Register Schlagzeug, tiefe Blechblasinstrumente, Saxophon, Klarinetten und Querflöten sowie Trompeten einzeln gelegt. Und zwar, zwei, zwei, drei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine letzte Stärkung auf dem Kirchplatz vor dem ersten Zusammenspiel aller Stimmen am Nachmittag Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020